Halli, hallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Restless in Paris, was tatsächlich länger geht jetzt schon, als ich ursprünglich gedacht hätte, hatte, wie auch immer, und, ja, oh, die sterben ja auch wirklich schnell, easy, dafür brauchte ich auch jetzt echt nicht die Ozzis. Oh, ein Tomb Raider 3 Bücherregal, schön retro, Alter, wie viele Saves hier rumstehen, muss eine stinkreiche Familie sein, hier natürlich der Schreibtisch, der darf nicht fehlen bei so einem reichen Typen, der hat garantiert 1000 Aktien und was nicht alles, oder ist es ein Bestseller-Auto, man weiß es nicht, das nenne ich mal ein Bett, also selbst mein Freund hat nicht so ein großes Bett und ich dachte schon, der hätte ein großes Bett, das ist ja mal krass. Bin ich jetzt bei mir selber eingebrochen? Weil warum steht hier ein Bild von mir und Curtis? Ich weiß es nicht. Aber ich würde mir niemals solche Hunde halten, oder... Oh nein, Curtis, es ist deine Wohnung! Es tut mir so leid, dass ich deine Hunde gekillt habe. Der Spiegel ist kaputt, darin spiegelt sich gar nichts. Okay. Kann ich? Ja, kann ich. Ich hab's befürchtet. Und dahinter liegt dann garantiert irgendwas. Ja, schön. Kann ich mit dir auch was machen? Nee, mit dir natürlich nicht, ne? Wär ja auch zu leicht, sonst auch dich irgendwie zur Seite mal ziehen zu können oder sowas, ne? Nee, das geht einfach nicht. Aber ich hab ja genügend Platz hier eigentlich, deswegen, komm, kriegen wir hin. Kann ich hier hin? Ach komm. Geht doch. Wollte schon grad sagen. Ach, da kann man kriechen. Und ich hätte hier einfach vorbeilaufen können, okay. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht, ne? Kennt man ja. Und hier liegt ein Schlüssel. Ich glaub's nicht, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Yay. Wir haben einen Schlüssel. Mann, bin ich froh. Das lassen wir einfach mal so verschoben. Der Hausbesitzer kann ja mir eine Rechnung schicken, ist mir egal. Cardlas repariert. Cardlas tauscht aus. So, und Möbel zurückschieben kann er selber. So, ähm. Bronze Key. Das ist schön, dass der Schlüssel aus Bronze ist. Ich kann ja noch dann gleich mal versuchen, hier runterzukommen. Ich mein, gespeichert hab ich gerade. Ich will mich aber mal eben hier umgucken, ob hier noch auch was ist. Hier kann ich auf jeden Fall runterrutschen. Warum auch immer? Aber irgendwie ist hier, glaub ich, nichts mehr. Kein Balkon. Beziehungsweise Balkon. Aber ich sag immer Balkon, auch wenn da natürlich kein G ist irgendwie. Und da hinten brennt es. Ich muss irgendwie noch in das Gebäude da hinten kommen. Aber okay. Ach, warte mal. Ist hier unten vielleicht kein Geländer, dass ich hier mich runterlassen kann und dann da irgendwie so rüberhangeln kann? Das sieht fast so aus. Okay. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Aber selbst wenn, wie gesagt, ich hab gespeichert. Ach, ich rutsche hier nicht mal ab. Ach ja, okay. Weil Geländer ist hier sehr wohl. Okay. Ja, ja. Nehme ich aber. Ist okay. Ist okay. Ja, gut, ne? Ähm. Ich sag da mal nix zu. Nochmal speichern. Nice. Nice, 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 nice. Noch ein Secret, was nicht existiert. Weil wir wissen ja, es existieren keine Secrets in diesem Spiel. Jetzt haben wir schon zwei von null. Ist das nicht schön? Ja, nice. Hier ist der Schlüssel aber garantiert nicht für, oder doch? Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Na. Ne, ist auch nicht. Okay, alles klar. Dachte ich mir. Denn ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel hingehört. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich da hinkomme. Deswegen ganz großes Kino. Aber halb so wild. Wir haben einen Schlüssel. Und wir haben auch die Autoschlüssel. Deswegen uns steht schon fast die ganze Welt offen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was wir mit der Fackel machen sollen. Aber hey, das ist völlig überbewertet, ne? Werden wir schon noch herausfinden. Fackel ist ja hier wieder griffbereit. Alles easy. Schlüssel war nicht hier. Also das Schlüsselloch, besser gesagt. Oder doch. Ne, Quatsch. Hier war nur Kanalisation. Von daher. Nein, 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 nein. Ich bin schon auf dem richtigen Wege. Das muss hier hinten gewesen sein. Links, rechts, rechts, geradeaus. Nee, hier nicht, da. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Nämlich hier, richtig? Nee, falsch. Scheiße. Aber so eine ähnliche Ecke war das doch, oder war das doch dann da hinten. Wahrscheinlich. Ah. Jetzt finde ich die Ecke natürlich nicht wieder, wo der Schlüssel hingehörte. Yippie-ay-ay-ay-Schweinebacke. Nee, hier war das doch auch nicht, oder? Wo war denn das jetzt? Ich weiß doch an sich... Ich hab doch... Nein. Ich hatte doch das Schlüsselloch gesehen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo... Wo das war, wie ich da hinkam. Kacke. Um Himmels Willen. Orientierungssinn wie eine Currywurst. Echt, ey. Oder wie eine Bockwurst. Keine Ahnung. Sucht euch eine Wurst aus. Ja, hier ist ja auch nur Auto und sowas. Ich meine, die können doch mit dem Auto einfach schon mal rumfahren, ne? Brumm, brumm. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das soll. Das kann doch nicht angehen. Ich hab doch vorhin das... Hä? Ich hatte doch vorhin dieses Schloss mal gesehen. Ich war doch schon zwei, drei Mal davor. Deswegen... Ich muss das doch jetzt mal wiederfinden hier. Das gibt's doch nicht. Oder war das doch da hinten? Moment. Weil hier um die Ecke war doch eigentlich nur die Kanalisation. Da kann's doch eigentlich nicht gewesen sein. Ich bin jetzt echt hart verwirrt. Ja, es war hier. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oder? Ja, doch. Doch. Hier bin ich endlich mal richtig. Alter. Das sieht nämlich nach Bronze aus. Ja. Ach, Mensch. Geht doch. Ich dachte irgendwie, hier könnte man echt nur einmal so im Pudding laufen. Und nicht mehr, dass man hier rein kann. Fragt mich nicht, warum ich das gedacht hab. Schon wieder diese geile Mucke. Oh, ich kann hier rein. Die lief ja auch nicht nur in der Kanalisation von Angel of Darkness, sondern auch in den Louvre-Galerien. Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, aber... Kenner der Tomb Raider-Serie werden das ja wohl erkennen. Da oben ist auch noch was Schönes. Und hier das... Ja, das sieht aus wie eine Gegner-Nische, auch wenn hier kein Gegner drin ist. Mal gucken, was hier noch so ist. Oh, hallo! Einer von Marco Batolis Männern. Der zu Glück doof geworden ist. Stirb doch mal. Ach, er ist tot. Okay, gut. Er hat auch nichts im Stiefel. Du wolltest hier wohl gerade ein Tee oder ein Süppchen machen, ne? Tja, tut mir echt leid. Oh, leckere Rahmsoße, ja. Tut mir echt leid, dass ich dich gestört hab, aber... Du bist nun mal böse, ne? Also... Soll man sich bei den bösen Jungs entschuldigen? Ich glaube nicht. Das ist ja hier nur für das Zeug, deswegen... Okay. Guck mal, ich stehe in der Soße. Niehiihihi. Mit Käsefußgeschmack hast du jetzt dein Süppchen. Oder Söschen. Ihhh, das Klo nicht sauber gemacht, du Ferkel. Aber das ist ja echt nur noch so Deko, ne? Hier gibt's ansonsten irgendwie nix gefühlt. Sowohl die Küche als auch das Bad. Aber echt, ey. Also das ist natürlich original aus Laras Haus hier reinkopiert und das aus dem Hochsicherheitstrakt. Obwohl sie doch auch ein sauberes Klo bei sich wenigstens hatte. Wahrscheinlich soll das wirklich einfach nur einen unhygienischen Typen dann darstellen. Wenn ihr so ein ekelhaftes, vollgekacktes Klo stehen habt. So, tschüss. Dich kann ich doch garantiert in die Ecke schieben, genau. Dafür ist diese Nische nämlich auch da. Wetten? Wir müssen kurz gucken. Ist hier noch im Fenster was quasi? Nö. Okay. Okay. So, wollen wir doch mal schauen. Ah, Graffiti und Mülltonnen. Sieht ja sehr einladend aus. Wie ich damals in Silent Hill gesagt habe, ist ja so ein bisschen hier wie Feeling-like Stadt. Da hat mein Vater sich auch total halb tot gelacht irgendwie, weil er das so eine coole Formulierung fand. Euch kann ich garantiert verschieben. Ihr seht jedenfalls so danach aus und du bist einfach nur eine Kiste ohne, ja, ohne Verstand. Genau. Na. Ab in die Ecke mit dir. So, und jetzt kommst du auch noch dran. Komm schön zu Tante Lara. Darunter ist, glaube ich, nämlich ein weiterer Schlüssel, den wir auch brauchen und den ich liebend gerne annehme. So, noch ein Stückchen weiter. Oh, ich kann hier sogar echt zwischenstehen. Das ist ja wirklich praktisch. Praktisch, praktisch, propaktisch. Oder? Nee, das ist... Was ist das? Ein Haken? Oder eine Kurbel? Was bist du? Piece of wire. Wire war doch, glaube ich, Kurbel, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich bin verwirrt. Aber wenn ich nur das Stück davon habe, dann fehlt mir noch ein weiteres Stück. Das ist nicht so schön. Kann ich dich? Nee, ich kann dich nicht verschieben. Das finde ich ja jetzt weniger nett. Na nun. Okay. Du bist ja auch nur wieder Dingens, genau. Och ja. Okay. Das ist jetzt aber... Schade. Vor allem, wie komme ich hier raus? Was? Weil ich komme hier doch nicht mehr hoch, oder? Also hier schon, aber... Ich muss hier doch auch irgendwie einen Ausweg haben. Äh. Jetzt habe ich ein dezentes Problemchen vielleicht? Nee, doch nicht. Nee, ich komme hier wieder hoch, oder? Ja, okay, komme ich doch. Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade kurz, ich bin jetzt hier gefangen. Das kann doch nicht sein. Kann es ja zum Glück auch nicht. Aber das Spiel geht echt länger als erwartet. Beziehungsweise länger, als ich es in Erinnerung hatte. Na gut, dann gehe ich erst mal wieder. Ach ja, hier ging es ja auch noch nach oben außerdem. Ich vergesse so vieles. Das ist furchtbar. Erst noch diesen Raum gesehen und dann so... Ach ja, hier ist ja gar nichts mehr. Lalalala. Hier ist ein riesen Treppenhaus. So ähnlich wie damals bei Claras Home. Nur ohne Kätzchen. Hallo. Okay, ein Midi-Pack. Alle haben immer das gleiche im Haus. Immer Brot und Schinken. Noch ein komischer wilder Typ. Ein wilder Typ. Wie bei in das Schwarze Schloss der wilde Typ. Kennen wahrscheinlich viele von euch noch nicht, aber wir haben einen wilden Typen ins Spiel gesetzt. Der heißt einfach nur so, wilder Typ. Es soll übrigens eine Anspielung auf Linus sein, in denen es ja ein Stardew Valley gibt, was ich ja mit meinem Freund aufgenommen hatte auf seinem Kanal. Also größtenteils war er auf irgendeinem Part einfach dann fast standardmäßig dabei. Und ja, da gab es halt so einen Linus, der so ein Obdachloser quasi mehr oder weniger ist, in so einem Zelt einfach dauerhaft wohnt, aber auch sagt, er würde es eigentlich genießen, so die Freiheit und sowas. Und Linus ist einfach so eine Gestalt, weiß ich nicht. Da kann man auch ein bisschen was spekulieren, was er sonst noch so macht und dann auch an schlimmen Dingen. Und ja, Linus ist so eine Hassliebe quasi in dem Spiel und da haben wir so einen ähnlichen Linus-Typ hier dann halt auch bei mir im Spiel mit eingebaut. Stardew Valley werde ich übrigens auch noch irgendwann let's playen, denn ich habe ja von Opti netterweise das Spiel für die PS4 geschenkt bekommen. Sonst hätte ich auch einfach die Switch-Version von meinem Freund genommen, aber... Mit PlayStation-Controls ist doch das Leben gleich viel schöner. Auch wenn ich mit der Switch-Steuerung auch inzwischen eigentlich sehr gut zurechtkomme. Siehe Final Fantasy. Das spiele ich ja schließlich auch mit dem Switch-Controller und habe eigentlich keine Sorgen damit. Kann ich hier auch den Bronze-Schlüssel? Ne, kann ich nicht. Schade. Dann müssen wir hier später nochmal hin tatsächlich. Weil der hat ja jetzt auch nichts verloren, hier der Penner. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob er ein Penner war, ne? Aber er hat sich so pennermäßig verhalten mir gegenüber, also deswegen nenne ich ihn einfach mal Penner. Aber ich würde sagen, wir probieren einfach mal unser Auto schon aus und gucken mal, wohin wir damit kommen. Wir können hier garantiert hin und her fahren, wie wir wollen. Wenn nicht, wäre das etwas komisch. Und deswegen sollten wir da keine Probleme haben. Raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Okay, jetzt aber raus hier. Angel of Darkness muss ich auch mal irgendwann nochmal re-let's playen. Es gab ja jetzt irgendwie eine ganz tolle Möglichkeit, PS2-Spiele aufzunehmen bei meinem Freund. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war. Aber halt, ja. Irgendwie gab es eine ganz tolle Möglichkeit, ein besserer Emulator oder gar nicht über einen Emulator und über was ganz anderes. Wie auch immer das dann nochmal heißen sollte. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas Geiles gab es da auf jeden Fall. Es sollte möglich sein, Angel of Darkness irgendwann nochmal zu Let's Playen. Und dann würde ich das auch anders machen, nämlich mit Cheats. Denn es gibt ganz lustige Cheats, wie zum Beispiel, ich meine, Unverwundbarkeit. Ist jetzt nicht so unbedingt lustig, aber ist nicht schlecht. Vor allem, weil man das an einer Stelle braucht, um zum Beispiel die Backstreets zu erkunden. Und die Backstreets kann man vom ersten Level aus erreichen. Oder sollten ursprünglich, besser gesagt, noch ein Teil des ersten Levels sowieso noch sein. Aber das wurde irgendwie nicht richtig fertig gemacht, deswegen dieser Bereich ist auch sehr verbuggt. Aber er sollte definitiv ins Spiel rein, weil Lara da einem noch Sachen erklärt. Wie zum Beispiel, sich ganz klein zu machen und solche Sachen, was man ja sonst gar nicht erklärt bekommt im Spiel. Joa. Das fand ich sehr interessant. Ich hatte irgendwann mal diese Playstation 2 Disc entdeckt. Extra so Angel of Darkness, Cheats, bla bla. Und dachte so, ja komm, cool, man gönnt sich ja sonst nicht. So was gibt es ja sonst so für PC besondere Sachen noch zum Runterladen oder so, um irgendwas auszuprobieren und Mods und so. Aber wenn ich da so eine Disc mal sehe, komm, für ein paar Euro, ich weiß nicht, wie viel das kostet, 6, 7 Euro in irgendwie so einem Bummelladen mit an und verkauft, glaube ich. Habe ich gedacht, ja komm, nimmst du mit, ne. Oder auf dem Flohmarkt war das mal, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da alles Mögliche ausprobiert. Auch dass Lara da wieder ihre zwei Pistolen hat mit unendlich Munition. Das sie ja sonst nicht hat, aber ja hier sind es immer hat, wie man ja weiß. Und war sehr interessant auf jeden Fall. Kann ich echt nicht anders sagen. Aber gut, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein, denn der ist wieder lang genug. Und dann sage ich einfach mal vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen wieder und fürs Zuhören. Und wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, wenn wir mit dem Auto mal eine kleine Spritztour machen. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut und tschaui.